Die Gründung von verschiedenen Normungsorganisationen der VDE im Jahre 1893 war notwendig, weil die Unternehmen, die in dem Bereich tätig waren, gesagt haben, der Strom ist so etwas Gefährliches, wenn wir das nicht in Normen und Standards reinbringen, das Normalienbuch wurde geschrieben, die 0100 wurde von meinem Band schon erwähnt, wenn wir das nicht tun, wird diese Technologie aussterben und sie wird nicht zu dem führen, was wir uns eigentlich darunter vorgestellt haben. Das DIN und die DKE sind die privaten Normungsorganisationen, die die deutsche Industrie in Europa und international vertreten sollen. Bei den innovativen Themen, die ja Bent eben schon angesprochen haben, müssen wir jetzt aufpassen, dass unsere traditionelle Normung, wenn wir das mal so nennen, Schritt hält mit diesen Veränderungen, Schritt hält mit dem Aufbau ganz neuer Systeme in der Normungsarbeit selber und wenn wir zu diesen Themen keine weiteren Herausforderungen finden, dann wird es vielleicht die traditionelle Normung zukünftig nicht mehr geben, das kann man ganz anders machen. Man kann ganz andere Tools einsetzen, um auch den Konsensprozess, auf dem immer gesagt wird, das ist der Prozess, der dauert allzu lange, kann man das ganz anders machen. Man muss die Stops, die wir in unseren Normen drin haben, einfach weglassen. Wir können das völlig anders gestalten, um dann auch effizienter, schneller zu sein. Und man muss natürlich dabei auch dann die Frage stellen, brauchen wir die Struktur, wie wir sie heute haben, mit den unterschiedlichen technischen Komitees zu den einzelnen Produkten überhaupt noch? Agile Standardisierungen, hat der Bent auch schon gesagt, das sind Dinge, die wir machen müssen. Zukunft hat Vergangenheit. Herr Teigler, Sie sind für die Zukunft zuständig. Dankeschön fürs Zuhören. Ich möchte mal wagen zu behaupten, das waren alles inkrementelle Veränderungen. Stufe für Stufe, es wurden Dinge erfunden und die wurden sukzessive optimiert und verbessert. Wir werden Konkurrenz bekommen. Wir haben aktuell Fälle in Israel, wo die Gesetzgebung ganz klar sagt, naja, Normen, die sind ja von der Öffentlichkeit erarbeitet, also gehören sie auch der Öffentlichkeit, gebt sie frei. Das Gleiche ist in Indien. Wenn das Schule macht, werden wir mit unseren gedruckten Normen nicht mehr lange überleben. Wir müssen uns was anderes überlegen. Wir müssen hin zur Intelligenz. Normung 2020. Unser Programm soll Antworten geben auf all diese Fragen hier, die sich auftun, auf Dienstleistungsangebote, Bezahlsysteme, Produktlebenszyklen, branchenübergreifende Normen und individualisierte Normen. Wir wollen quasi den gesamtheitlichen Ansatz. Und genau das ist unser Ansinnen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier natürlich auch noch ganz viele Organisationen, die mitspielen. Ja, Abwarten ist keine Strategie, genau. Wir haben am 13. Februar diesen Jahres den Prozess gestartet, Normung 2020. Wir hatten eine Kick-Off-Veranstaltung in der DKE, um von dem jetzigen Status in den künftigen Status zu wechseln. Und wie Sie sehen, der Fluss ist nicht immer ruhig, da gibt es ein paar Stromschnellen, da kommen ein paar kleine Nebenflüsse dazu, Zenn und Zenelec müssen wir mitnehmen, IEC. Wir haben auch ein paar Steine im Weg. Ich hoffe, ich habe Ihnen einigermaßen guten Überblick gegeben über das, was vor uns liegt, sofern Sie Fragen haben, jederzeit gerne, auch in der Mittagspause. Ich freue mich über jede Diskussion, über jede Anregung und sage vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.